Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen bei Vorsicht Klassik. Heute mit einer Schauerballade von Heinrich Heine. Heinrich Heine, Belsarza Die Mitternacht zog näher schon. In stiller Ruh lag Babylon. Nur oben, in des Königsschloss da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht. So klang es dem störrigen König recht. Des Königs Wangen leuchteten Glut. Im Wein erwuchs ihm kecker Mut. Und blindlings reißt der Mut ihn fort. Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und er lästert wild. Der Knechte Schar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick. Der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel golden Gerät auf dem Haupt. Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergreift mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. Und er lehrt ihn hastig bis auf den Grund. Und rufet laut mit schäumendem Mund. Jehova! Dir künd' ich auf ewig hohn! Ich bin der König von Babylon! Doch kaum das grause Wort verklang, dem König war's heimlich im Busen bangen. Das Gell in der Lachen verstummte zumal. Es wurde leichenstill im Saal. Und sie, und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stierenblicks da saß, mit schlotternden Knien und Totenblass. Die Knechte-Schar saß kalt durchgraut und saß ganz still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsaza ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Die Magier kamen, doch keiner verstand die Flammenschrift an der Wand. Die Magier kamen, doch keiner verstand die Flammenschrift an der Wand. Drei selbst, die Begegnung und schrieb an der Wand.